Hallo, da sind wir wieder. Willkommen zu Berscheid of Light. Oh Vater, wann sind wir endlich da? Was ist ein Vater auf Ober? Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Recht zu halten im Kloster. Ja, wir kämpfen. Ach, geht dafür langsam. Halt er 2 gedrückt, dann verlangsam ich die Wiener. Okay. Das passiert nicht. So, toll. Dann müssen wir ein. Stufenanstieg. 6 Lebenspunkte. Ja, aber krass, nach oben bleibt. 1 Magiepunkt, 2 Stärken, 2 Verteidigung, 2 Magie und Fertigkeit 3. Wähle neue Fertigkeiten für Aurora. Oh, geil, mit Baume. Oh, das ist hier, was ist das denn für ne Shit? Zauberei, Nahkampf und das, was ist das? Keine Ahnung, oder wie, oder was ist das? Verteidigen. Reduziert den Schaden durch Angriff um 40% und erhöht die nächste Runde das Tempo auf der Zeitleiste um 70%. Okay. Mittel. Höhe die maximale MP dauerhaft um 1. Lichtstrahl. Ein mächtiger Lichtangriff mit einer Chance von 10%. Die anvisierte dunkle Kreatur sofort zu töten. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Sternlicht. Ein Lichtblitz. Ein Lichtblitz. Ein Lichtblitz. Ein Lichtblitz. K Glockenl. Finally! Überraschungsschlag, Angriff von hinten. Ja, sehr überraschend. So, auch mal ein Strahl raus. Oh, ein schönes Ding. Schauen wir uns auch noch mit hier schon ein. Und eine Truhe. Heil-True. Ich stehe nicht nur in der Hand auf der Seite. Da haben wir jetzt keine Dings mehr früher. Okay, ich bin jetzt schon wieder auf der Seite. 7. Keine Waffe. 7. Krass. Krampf. Und schon wieder Stufe gespielt. Sind wir, glaube ich, in der MP hoch? Neue Fertigkeiten. Ja, ja. Ich glaube, ich mache jetzt die MP. Was haben wir denn hier jetzt? Ah, hier kann ich auch MP aufwerten. Ist ja cool. Aber wenn ich jetzt hier hingehe und MP aufwerte, komme ich da zum Stärke aufwerten. Mhm. Auch nicht schlecht. Und hier kann ich aber mein Sternenlicht verbessern. Ah, ich gehe jetzt mal auf Zauberei. So, das nächste ist Magie. Erhöht Magie dauerhaft in 2. Auch gut. Aha, eigentlich ja. Ach, da muss ich vorbei einfach. Witzig. Mal auf der Tour. Ich bin ein Zaubertrank. Kann man doch noch weiter. Ich bin ein Zaubertrank. Ach, da muss ich mich nicht mehr holen. Ich bin ein Zaubertrank hier. Ich bin ein Zaubertrank. Oh mein Gott. So nicht. Kann da mein komischer August vielleicht drüber und irgendwas bewirken? Nein, wir weinen. Oh nein. Ausgewichen. Schlecht. Jetzt geht's auf die Fresse hier. Mein erster Schadenspunkt, da geht gleich die Krone flöten. Naja, das muss ja nur nicht jeder so gut passieren. Ach so kann ich ihn stoppen. Ich muss aufgehen und genau an der Stelle blenden. Oh Mann, da muss man aber viel gleichzeitig machen. Mit dem linken Stick, das und mit dem rechten Stick fährst du da hin. Mit der linken Haltung muss der etwas weiter bremsen gehen. Dann musst du auch auf dem anderen noch weitermachen. So sollen wir lassen schnell rein. Oh, das ist ja fast so schnell geworden. Ich bin jetzt hier. Aha. Aha. Befest die Ugly in Ausrüstung, um Charakterwerte zu steigern. Ich kann mit dem das machen, siehste. Für einige Ugly um Stärke Ugly herzustellen. Drücke den Herstellerbutton, um die Kombination zu bestätigen. Ich weiß nicht, ob wir das nicht machen. Darf ich ja gar keinen. Dann sammeln wir erstmal ein paar Ufuli. Ufili, Kakili. Naja, wissen wir was da steht? Aha, eine Kutsche. Zweitens, die Königin des Lichts. Okay. Hey! Hilf mir, Aurora! Krah, krah! Wer ist hier nur so töricht? Steine wohnen, die wachsen noch nicht. Was soll ich damit sagen? So ein Geist! Was ist das denn? Ungeschlepft noch! Wie, wie siehst du? Hinschlepft noch! Wie ist das? Kann man mal hier runter? Da ist der Geist! Okay, Geist! Hinein gelegt! jetzt mal auf Okay Ha 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 Arschloch Schnell einfach auf die Haube. Stufen für Anstieg. Das geht ja schnell mit dem Serum hier. Fertigkeitpunkt. Ich will erstmal hier konsequent weiterleveln. Da geht die Magieresistenz dann noch hoch. So. Folge meiner Stimme. Meine Stimme halb. Was für keine andere Wahl. Ups, da geht nicht lang. Aurora. Diese Tür ist zu. Ja. Wir müssen es öffnen. Und zwar Nu. Aber wie machen wir das Schubidubidu? Ah, da oben ein Hebel. Nu. So, Nu. Aha. Wir müssen gucken, dass ich da in die Fläche von hier auskomme, bevor ich vorne komme. Aha, siehst du. Da kommst du. Ups. Ups. So. Komm wir aber nicht. Scheiße, und jetzt? Oh nein. Jetzt haben wir zwei von den Pennern. Was? 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 Geht so? Was? 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 Und äh... Okay, komm ich nicht hoch. Dann weiter. Dann weiter gar schwer genug. So, das andere. 1 Platsch, Platsch Die Rums, die Rums. Erklärung. Aha. Schöner Scheiße. Ah, okay. Oh leil, was soll denn das? Ihr könnt ja mal warten bis ich soweit bin hier. Theoretisch muss ich doch wieder drücken oder geht es die ganze Zeit automatisch runter. Na gut, dann muss ich wenigstens von sich außen rum noch mal laufen, sondern kann mit dem gleich mitfahren. Hoch mit dir. Dampfmaschine. So, wie es weiter geht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Glücklich vor, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Und wenn ihr es wollt, dann abonniert mich gerne. Dann verpasst ihr keine Folge. Ja, teilt das Video gerne mit euren Freunden. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Und Daumen nach oben wäre auch nice. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.